Hallo und herzlich willkommen, Freunde der norwegischen Tanzmusik, zu einem neuen Let's Play 45 God of War Nummer 4. Bis gleich. Das 45 Minuten Projekt. Ja, und auch von mir ein herzliches Willkommen zu God of War. Oh, ich habe eben gesagt Nummer 4, also technisch gesehen ist es das auch, aber das Spiel selber heißt einfach nur God of War, Punkt. Ja, ich habe mich lange um diesen Titel gedrückt, weil ich erstens diese Perspektive so von oben hinten überhaupt nicht leiden kann. So Stichwort Tomb Raider. Aber bewogen hat mich jetzt zum einen, finde ich das Setting an sich sehr interessant und zum zweiten, habe ich das Spiel jetzt gerade für 10 Euro bekommen in einem Playstation Store. Von daher denke ich mir, testen wir es hier einfach mal an. Ja, ich habe schon einmal kurz vorgespielt und bin schon 78.000 Mal gestorben, also von daher erwartet hier keine Großtaten. Was ich hier mache ist, ich versuche diese lustigen blauen Runendinger kaputt zu machen, weil wir dann an diese Kiste rankommen. Ja, das habe ich schon einmal herausgefunden. Und mit Hilfe dieser Kiste erhöhen wir unsere grundsätzliche Lebensenergie. Aber das steht hier gleich noch. Ja, diese lustigen Äpfel. Das sind wirklich Äpfel. Also, soll es sein. Ja, die haben wir jetzt. Jetzt sind wir ein bisschen stärker als eben. Und ja. Achso, für dieses Let's Play Test habe ich den Anfang. Der ist relativ lange. Also, die Einleitung, wenn man so will, die habe ich ein bisschen weggelassen. Das dauert doch schon so seine Zeit. Da ist das halbe Let's Play Test schon vorbei. Ja, und wir sind jetzt sozusagen im ersten Bereich, wo wir demnächst auch mal auf, naja, sagen wir mal, Widerstand stoßen werden. Der kleine Junge gibt sozusagen den Weg vor. Aber, ihr seht es ja auch gerade, man kann auch abweichen. Also, es ist nicht so, dass wir den Weg unbedingt gehen müssen. Aber es hat eine Hilfestellung, damit man sich nicht verläuft. Finde ich eigentlich ganz nett. Okay. Was wir machen, unsere Frau ist gestorben. Wir sind eigentlich, äh, na, Grieche, heißen Kratos. Unsere Frau ist gestorben. Äh, warum auch immer, wissen wir nicht. Also, überhaupt eine hatten, wussten wir vorher nicht. Dass wir uns, wir tun, was uns gefällt. In, äh, ich sag mal, in Wikingergefilden befinden. Passt jetzt auch nicht so wirklich zu Kratos im Grundsatz, der ja eigentlich aus Griechenland kommt. Aber, das ist jetzt einfach mal so. So, und hier werden wir das erste Mal auf Gegner stoßen. Also, demnächst zumindest, wenn ich es schaffe, die Tür aufzukriegen. Äh, ja unten, 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 ja unten. Ja, geht doch. Davor müssen wir allerdings noch den Hirsch erlegen. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Zarte Gemüter, äh, sollten bei dieser Stelle vielleicht ein bisschen weggucken. Wir sollten näher rangehen. Also, ich tue es auch. Und, da kommt ihr, äh, geschafft. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und, es war an der Zeit. Verstehen. Das sind die ersten Gegner, ja. Im Kampf wird ein Gesundheitsbalken angezeigt. Auf der von dem Gegner. Na, viel hat es ja nicht gebracht. Aber wenigstens habe ich getroffen. Uah. Kommt die Achse zurück, gibt es übrigens auch in Schale. Also, wenn da zwischendurch jemand steht. Und, der wird auch gleich gepanscht. Ja. Oh, ne. Uiui. Nee. Ja, ich merke es gerade. Also, man kann auch nicht wegdrehen. Klappt im Laufe der Zeit auch besser. Die ersten können hier noch nicht allzu viel ab. Aber, man sieht es ja auch schon, der grüne Lebensbalken bei mir ist auch schon recht geschrumpft. Um nicht zu sagen, ziemlich geschrumpft. Na, das ist noch was. Das muss man hier ein bisschen nachtanken. Das macht man, indem man auf drauf tritt. Oder auf X drückt, in meinem Fall. Das ist weg. Aber dahinter ist auch noch einer. Allerdings nicht ganz so schnell. Was? Immer noch nicht. Äh. Oh. Okay. War natürlich mit Absicht. Man kann auch blocken. Bei den Gegnern muss ich das tatsächlich machen. Hier mache ich es irgendwie noch gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass es die Taste gibt zu dem Zeitpunkt. Ja. Und kleine Rätsel gibt es in dem Spiel auch. Und... Irgendwie muss das Tor aufgehen. Wir befinden uns gerade. Vor allem. Hm. Sieht schön aus. Bringt aber nichts. Das Tor ist nach wie vor zu. Da ist eine Kette. Vielleicht kann man dran ziehen. Ha. Das war noch. Den Controller entsprechend. Mit den kleinen Tasten da. Also diesen kleinen... Was weiß ich, wie die Tasten heißen. Nach unten gehen. Und jetzt geht es los. Und jetzt vielleicht noch die Axt. Nochmal dagegen. Jo. Das sieht besser aus. Augenblick, was ist das denn? Hab ich ja vorher gar nicht gesehen. Also mit der Kameraführung bin ich jetzt ehrlich gesagt... Äh... Nicht so wirklich zufrieden. Also... Irgendwie... Naja. Das ist halt das Problem bei diesen Tom-Brader-Geschichten. Ist die Kamera nie da, wo ich sie gerne haben möchte. Äh... Grundsätzlich... Ja gut. Geht es aber. Also... Und da ist auch noch was. Das nehmen wir auch mit. Und... Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, das kann schon sein. Aber trotzdem möchte ich mal gucken, was es hier so gibt. Was ist das hier? Und manchmal einmal zwischen den Knochen rausgefummelt. Okay. Okay... Hacksilber. Jo. Keine Ahnung, was das ist. Ob das gemischtes Hacksilber ist oder eines Rindersilber. Ich kann es nicht sagen. Und hier... Oh, hochgehen! So. Jo. Lebensenergie. Ich glaube, die war voll. Aber... Jetzt ist sie auf jeden Fall auch nochmal voll. Ding. Da kommt sich wohl nix. An der anderen Seite ist irgendwas. Aber wo er reingekommen soll, weiß ich jetzt so nicht. Hier möglicherweise... Also mit nerven der Axt finde ich schon klasse, ne? Da muss man zugeben. Viel super. Nur mit dem Zielen... ...hab ich es jetzt nicht so wirklich. Sie her! Was sind Sköll und Hattie? Die Riesenwölfe, die Sonne und den Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie pressen Sonnen. Und dann kämpfen alle? Ja, das ist scheinbar ein neuer Auftrag. Der wird dann wohl auch irgendwann im Spiel erfüllt werden. Oder wie auch immer. Was wir hier sehen, ist eine Übersichtskarte von allen möglichen Möglichkeiten, die wir im Spiel haben. Also es ist auch ein halbes Rollenspiel. Es gibt dann auch noch Fähigkeitsbäume, Rüstung. Und ja... Momentan ist es etwas unübersichtlicher. Für mich. Das ist die Axt, die wir haben. Ich schätze mal, die können wir dann irgendwann nochmal aufleveln. Vielleicht auch noch durch andere Waffen ersetzen. Ich weiß es nicht, was unsere Rüstung oder, naja, das, was man Rüstung nennt, kommt auch noch gleich. Ich schätze mal, dass wir alles drei angelegt haben. So würde ich das werten. Ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Ja, und das ist dann nochmal ein Fähigkeitsbaum oder ein Fertigkeitsbaum. Da müssen wir noch ein bisschen uns durch die Gegend schnetzeln, um da weiter... weiter zu kommen. Dann gehen wir wieder zurück und dann folgen dem normalen eigentlichen Weg. Und... Also mit dem Kleinen, da müssen wir nichts machen. Der kommt automatisch hinterher. Das ist... Der läuft quasi so mit. Man kann ihm auch kleine Aufgaben geben, wie... Weiß ich auch nicht... Schießen und solche Geschichten. Aber ich gebe ehrlich zu, in der Hitze des Gefechts habe ich das bisher nicht genutzt. Ich hab ihn! Gut. Der arme Hirsch... Er... Er lebt noch. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ja, es ist ein ziemlich intensives Spiel, ohne Frage. Das ist ein typischer Internet-Troll. So sehen die aus. Wir können Atreus bitten, uns mit Pfeilen zu unterstützen. Viel Schale anrichten tut er allerdings nicht. Aber ein bisschen hilft es. Ich finde es nett, dass man Zeit hat, diese Texte zu lesen. Der Troll wartet dann auch immer so lange, bis dann das Ding tut. Ich bin gerade etwas überfordert mit der Steuer. Alter, der riecht jetzt aber auch Schaden an. Mann. Dieser lächerliche kleine rote Bike mit drücken links ist die Lebensenergie. Er ist zu stark! Ja, das kann man so sagen. Das könnte ich eigentlich ein bisschen... Schnetzel, die Wetzel, die... Und ich... Ja, ich treffe ihn auch, aber... Nicht nur ich treffe. Ui, 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 ui. Ich will ja nicht sagen, aber... Da war schon ziemlich chancenlos, glaube ich. Ui, 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 ui. Na gut. Ein weiterer Versuch. Da ist er. Wir und... Genau, rein, boing. Und nochmal rein. Das war... Absolut Volltreffer. Und zwar nicht von uns, sondern... Von dem... Von dem Herrn mit den leuchtenden Zeichen. Und dem lustigen kleinen Steinback. Getroffen. Oh, diese Kamera. Diese Kamera! Und die... Nee. Doch. Das ging ja richtig fix. Ich kann auch nicht so richtig rennen mit der Figur. Also sie ist relativ langsam. Und... Also in dem Moment würde ich mir eine Renntaste wünschen. Das Einzige, was man machen kann, Man kann sich wegdrehen. Ja, das... Und man kann etwas machen. Ja, das ist jetzt ein bisschen ehrenrührig, aber... Ich sag mal, die Story ist ja auch interessant. Also auf Deutsch für Stellen ist es jetzt ein bisschen leichter. Und um es mal ganz klar zu sagen, wir stellen es jetzt auf die einfachste Spielstärke. Das eben war auch nicht die stärkste. Das war einfach nur Idealstandard. Das ist die einfachste. Nein, nein, nein. Oh, da kann man einmal ein bisschen Energie nachtanken. Das haben wir jetzt gemacht. Vielleicht ist es eben früh sogar. Ach, und schief. Dann gibt es ja ständig diese komischen Tipps da oben. Die verwirren einen im Moment total. Und gleichzeitig Tipps gucken und einen Stein auf die Birne kriegen. Macht keinen Spaß. So, da ist er auch. Ups, aber das war genau in die Weichteile. Sofern ich würde das haben. Ich weiß es ja nicht. Also beim ersten Mal haben wir ihn erheblich mehr Schaden anrichten können. Gleich am Anfang. Aber, na gut. Wir sind noch im Spiel. Ja, das war gut. Und das war nur so gut. Das machen wir jetzt von klein. Er kann drei Pfeile abschließen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Pfeile sind... Pfeile richten jetzt nicht wirklich viel Schaden an. Das wäre so eine kleine Unterstützung. So eine gefühlte Unterstützung. Das braucht er Esser. Ich versuche ihn halt die ganze Zeit jetzt wegzulaufen. Aber sobald ich mich umdrehe, verliere ich halt ganz viel Zeit. Und... Und wieder voll rein rein. Mann, 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 Mann. So ein kleiner, das ist für uns gut. Aber hilft uns auch gar nicht, wenn ich gerade vorbei rede. Okay. Achso, so nebenbei. Der kleine ist übrigens, also, wenn man so will, unsterblich. Also, da passiert jetzt nichts. Da was machen wir jetzt? Mal nachdenken. Und werfen. Ja. Halt getroffen. Uff, das war getroffen. Aber auch die Entfernung... Das ist so nicht viel, ne? Ui, 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 ui. Das sieht gar nicht gut aus. Aber überhaupt gar nicht. Boah, ich will jetzt hier weglaufen. Kann ich nicht. Oh, diese Steuerung. Jetzt könnte ich mal ein bisschen schießen. Zielen und... Jetzt sollte ich mir nicht so lange Zeit lassen. Einfach losschießen, schießen, schießen, schießen. Anders geht's auch nicht, glaube ich. Oh, jetzt kommen wir hier. So schnell, der... Ui, der ist jetzt auch nicht so... Ach, du Scheiße. Oh, 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 oh. Jetzt darf aber gar nichts mehr passieren. Und der hat noch... Naja, sagen wir mal knapp 50%. Oh, 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 oh. Da ist er. Ja. Ist jetzt auch ein bisschen klein. Da kann man auch mal daneben hauen. Das war getroffen. Oh ja. Ich dachte schon, er hätte mich getroffen. Aber hat er nicht. Dafür... Ach, diese Kamera. Diese Kamera. Oh, der Junge schießt die Pfeile ab. Das ist schon mal ganz schön. Der Pfeil kriegt da auch mal ab an die Seite. Passt auch. Hier auch noch was. Was dieser Punkt bedeutet, ist mir momentan nicht so ganz klar, der da manchmal erscheint. Ja. Wie gesagt, wir spielen es auf der einfachsten Einstellung nur so nebenbei. Also ich sag mal so, für Ego-Shooter-Spieler ist das Spiel nur bedingt geeignet. Aber okay. Wir können auch mal wachsen. Vom Setting her ist es toll. Das Monster ist auch klasse gemacht. Oh Mann. ein kleiner roter Pfeil bei der Hauptfigur ist bei Kratos sind wir so zu sagen direkt ja danke direkt im Fokus von dem Fisch ach Mist ich werde mir ausweichen jetzt reicht es deswegen ist ein Dauer hier ja ich treffe ihn auch das sind ja richtig super Treffer hier also die Nahkampfangriffe sind sehr 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 viel wirkungsvoller als das bisschen über den Bein mit Fernwurf hab ich nie getroffen na geht schon besser es geht schon besser kommen schon besser rein hab ich fast den Wungen getroffen muss auch zum Weg gehen warte nochmal, weißt ja nicht, haben wir noch was getroffen weißt ja mal, wir gehen hin die könnten doch irgendwie nicht Abstand machen hm da ist aber nix ah doch, hat er doch getroffen auch nochmal da ist schon mehr also ein Rückentreffen, das ist eine super Sache vorne raus kriegt das jetzt auch mehr komischerweise machen wir auch nicht ja ja äh Mist bumse aber wir robben uns langsam ran er hat nur noch ein Drittel so wie allerdings auch ja 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 wir Schuld haben doch nix da ist ein Treffer äh das sins jetzt Das kriegt man fast mitleiden, also unter dem Troll meine ich. Ja, da war ein bisschen übermotiviert der Kleine. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. So, das gibt es alles für den Troll. Hört ganz gut aus. Hier lang geht es nach Hause. Ja, dann wollen wir vielleicht wieder nach Hause gehen. Ja, das Verhältnis zwischen Kratos und seinem Sohn ist nun ja ein bisschen kühl. Aber ich glaube, das wird sich im Laufe des Spiels wohl noch ändern. Na, was aber da schön ist. Okay, man kann sie also auch betäuben. Wie man das macht, ich weiß es nicht. Ist mir auch wurscht. Ich will die nicht betäuben. Ich will die weg haben. Oh, schon zielen. Ich drehe sie jetzt um. Nein, tut er nicht. Ach so, erst mal die Axt draus holen. Ohne einfach ist das nicht schwierig. Na, wer sagt es denn? Das war doch mal was ordentliches. Na, kommen noch ein paar von den Kleinen. Und schau ich das geh. Das macht Spaß. Noch so eine Rübennase. Das war ein Schlag. Hier war noch was. Bleib mal mit. Wahrscheinlich Hacksilber. Jupp. Hm. Nö. Passiert nix. Hm. Das war jetzt nur Lebensenergie. Das hat nix mit dem Tor zu tun. Aber manchmal muss man auch. Ich kriege die Tür immer noch nicht auf, hm? Sehr still. Freundlicher zu der Tür sein. Wollte ich sagen. Hilft aber scheinbar auch nix. Hm. Hat der Junge eine Idee? Macht er die Tür von innen auf? Sollen wir ihn folgen? Äh, ich weiß es nicht. Na, ich folge ihn mal. Oder ich guck jetzt mal. So. Vor ihm folge. Ja. Tür geht nicht auf. Kommt auch nix. Jo, dann müssen wir ihm wohl hier folgen. Ach, da haben wir noch ein paar von den kleinen Hignies. Da haben wir auch noch welche zwei. Und die kommen ja auch aus irgendwelchen Löchern da gekrochen. Also von daher. Oh, das war ich jetzt. Hm. Jo. Das klappt doch schon ganz gut. Also jedenfalls sehr viel besser als mit dem ausgewachsenen Höhlentroll eben. Oder was man das gewiss sein mag. Hm? Und schüssig auf sie. Jo, 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 jo. Da kommt was Neues. Da kommt ständig was Neues. Ja, das merke ich gerade. Aber ich kann es ja trotzdem einfach suchen. Vielleicht muss man nur Dollar drauf fahren. Bringt auch nix. Ja, okay. Das war alles nicht so sinnvoll. Aber sowas kann ich machen. Also Axt nochmal versuchen. Und vielleicht sowas. Ja. Das ist die Deckung. Und nochmal. Ne, Axt funktioniert nicht. Hab ich schon wieder getroffen. Ja. Da leuchtet jetzt so ein kleines Schnee-Symbol ganz kurz bei mir. Was immer das so bedeuten hat. So, jetzt packe ich mal die Axt weg. Jetzt versuche ich es mal ohne Axt. Upsala. Das sieht immer besser aus. Sehr viel besser. Komm, nochmal herkommen. Und puff. Na komm, einer mal auf. Einer mal auf. Und, ja, und. Weg ist er. Alles klar. Passt. Ja. Das ist schön. Genau. Find ich auch. So. Gesundheit. Also. Aufnehmen meine ich. Jo. Dann wollen wir mal weiterschauen. Waren wir das Ding da oben schraubt. Dann. Sollte das alles funktionieren. Also. Oh. Und so. Lupp. Das ist cool. Wir haben einen kleinen Aufhängen. Finde ich toll gemacht. Aber warum verbrennt ein feuertreu Mutters Garten? Und seit wann kommt Draugat so nah ins Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Und warum soll er deswegen still sein? Mann, Mann, Mann. Also ich glaube, dass Kratos sehr wenig Zeit mit seiner Familie verbracht hat. Das ist übrigens der Scheiterhaufen seiner toten Frau, wo er seine Frau verbrannt hat. Also den Leichnam. Und. Ja. Damit begann das Spiel. Warum, weshalb, wieso. Wir wissen es nicht. Ich denke, das werden wir im Laufe der Zeit erfahren. Ja. Dieses Teil von God of War unterscheidet sich übrigens sehr von den Teilen davor. Ich habe die auch mal gespielt. Das ist ein völlig anderes Genre gewesen. Also ich würde das eher mit Diablo vergleichen. Also ein bisschen, also direkt eigentlich auch nicht. Aber eine recht kleine Figur, die sich da also durch zig Gegnerhorden durchschnetzelt. Also quasi ohne Pause. Aber auch mit riesigen Monstern. Das gab es damals auch schon. Naja, und das können sie natürlich auch nicht mehr beibehalten, so ein Prinzip. Das nutzt sich auch ab. Also ist die Idee, es so zu machen, schon korrekt. Ich muss dazu sagen, wenn sie allerdings eine Ego-Perspektive gehabt hätten, hätte ich mich auch gefreut. Und nur so. Nehmen wir mal. Ja, so sieht es aus bei uns zu Hause. Das war ja auch ganz schön. Das ist ungerecht. Ich weiß überhaupt nichts. Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du wirst auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert. Nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Na, hat Kratos ja null Chance. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach! Nochmal! Nochmal! Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Oh, 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 oh. Das klingt nicht nett. Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Halt einfach den Sammel und mach es. Ich weiß es nicht. Rein da. Mann, 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 Mann. Aber man nervt ja auch, ne? Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Genau. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch. Ich denke schon. Oh, oh. Verschwinde von hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Oh, oh. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Das ist echt Kino-Niru, ne? Du wirst es nicht hören. Er ist wohl stärker, als man denkt. Boing, Schepper. Uiuiuiui Wirklich unglaublich enttäuschend Na dann komm Sinnlos So Du Schande Der ist auch noch schlimmer als der Troll Der Troll war schon schlimm Gut, wenn man trifft ihn, dann kann ich ihn auch ordentlich wegnehmen Aber Der trifft mich ja fünfmal dann Oh Schande Also so kommen wir hier auf jeden Fall nicht weiter Ach du Scheiße Hab ich schon erwähnt, dass das die einfachste Spielstufe ist, ja? Okay Ein bisschen können wir ihm ja entgegensetzen Naja, so nicht Also ausweichen Ist ne gute Idee Und blocken Du bist nicht besonders hellig, nicht wahr? Naja Ui, das war super Geblockt und dann weggeditcht Ja, das war schon nicht schlecht Und weggeditcht Das macht auch Schaden Äh Allerdings Hab ich jetzt auch schon ganz schön Schaden Schaden Baum ist weg Deswegen ja nix, wo ich irgendwie bisschen Energie tanken kann Nö, Mist Ach du Schande Und der ist schon wieder da Scheiße Na gut, so fast die Hälfte haben wir bei ihm Ja Jetzt haben wir die Hälfte Aber ist schon klar, ne? Ein Treffer von ihm und das war es jetzt, ne? Ohne Deckung Das geht jetzt nur noch mit Deckung Und es Das war der berühmte Treffer Von dem ich eben gesprochen habe Ja Gut Also unbesiegbar ist er nicht Nein, nein Man muss sich nur Decken Decken ist übrigens R1 Die kann man auch gedrückt lassen, die Taste Das Ist mir jetzt auch klar geworden Und hier Mist, muss ich irgendwie aus dem Weg sprengen Weil da hilft keine Deckung Wenn er diesen komischen roten Kringel macht Wo ist er denn schon wieder? Was? Hallo? Ist er irgendwie weg? Wo ist er denn? Da hin? Na komm her Getroffen wird er Ja Besser kann ich es nicht Und jetzt aus dem Weg Ja, das war gut Das war gut Abstand halten Klingt nach so einer Aha-Regel Abstand halten Hygienisch vorgehen Und Was war das andere? Ja Sind ja wie drei Sachen, ne? Gut, also Abstand halten Bei den roten ausweichen Also Abstand halten Ausweichen Decken Und dann immer auf die 12 Ah, da kommt er nicht durch Und jetzt springen, genau Abstand halten, rollen Decken Und auf der 12 Boing Was der Punkt bei ihm bedeutet Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen Ist aber egal Werfen ist aber Bringt nicht viel Man kann auch treten Hilft auch Aber mit Axt geht es natürlich besser Und aus dem Weg Ja, 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 super Und auf Abstand halten Abstand verringert er ja selbst Und für die Hygiene sorgt er auch Und aus dem Weg Ja, das geht eigentlich ganz gut Da hat immer das gleiche System drauf Ein paar Mal Rennt er an Dann kann man ihn wegditschen Dann kommt dieser rote Punkt Kann ja sein Das war zu viel Da ist er mir durchgerutscht Oh, ja, ja, alles klar aus dem Weg So, Hygiene ist draufhauen Boing, Schepper Aber wir sind schon relativ weit Oh, er ist fast bei einem Drittel angekommen Bei ihm Ja, wie war das denn? Ist er da durchgekommen? Nee Das ist ein Tricktime Event Okay, alles klar Hat einen ganz schönen Schlag drauf, ne? Wieso sind da drin zwei Betten? Und, achso, ich muss auch noch zuhauen Hatte ich jetzt gar nicht Wieso nicht gekriegt? Uiuiuiuiuiui Es ist nicht unblutig, das Spiel Das kann man nun wirklich nicht sagen Nein, es ist nicht unblutig So, aber wir haben unsere AHA-Technik Damit schaffen wir das Hä? Was soll ich mal? Achso, oh! Jo, der war ja mal richtig super Boing Boing Das war eigentlich schon fünfmal das Ruckrad gebrochen Oh, oh, oh Seine Lebensenergie füllt sich auf Na, willst du es noch mal versuchen? Ja, du redest zu viel Ah! Du willst nichts sagen? Na schön Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst Jetzt kommt der Wut Die Wut, der Wut Jetzt kommt der Wutanfall L3 und R3 Da sind diese beiden Knöpfe gedrückt Und Gib mir auf die 12 Nix mehr mit Abstand Abstandslos Und hygienisch ist das auch nicht mehr Und den dritten Buchstaben hab ich grad vergessen Wer ist es? Uiuiuiuiuiui Und Ja, ist aber noch nicht fertig Kein Stück Es geht weiter Okay Jetzt hab ich scheinbar so ne Art Zone entflammt Irgendwie sind die Schläge sehr viel Sehr viel doller als früher Was hast du zu verbergen? Was geht jetzt ja? Ratzelfatze hier Mein Gott Wer ist doch schon mal übrig von dem? Ja, wo ist er denn? Hallo Hier muss er sein Ach der Und außen... Ach der war ich nicht schnell genug Na macht nix Das macht nix Oh ne gut Der ist aber schnell Aha Hast du Achter von den ganz fiesen? Nein, das ist überhaupt nicht Und auf dem Weg stellen Ja, das hat noch geklappt Das war zwar nicht optimal, aber Einigermaßen Ach Ja, ja nix da Oh 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 ja Weiß nicht Wie oft jetzt der Schädeler schon gebrochen sein dürfte Wahrscheinlich das 25. Mal Keine Ahnung Hm Hm Ich hab ne gewisse Ahnung was gleich passieren wird Ist er weg Und... Also gut Wenn er das überleben sollte Würde mich das sehr wundern Allerdings Wundert mich Bei diesem Spiel Hier gar nichts mehr Ja, und mit diesen netten Eindrücken Möchte ich dann auch das Let's Play 45 beenden Und... Nicht vergessend dabei zu erwähnen Dass jetzt unten links ein Abo Knopf auf Leuchten dürfte Und wenn euch das Video gefallen hat Und ihr mehr sehen möchtet Bitte einfach drauf drücken Dann werdet ihr benachrichtigt In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal Euer Toms Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Deine Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.